Die Blätter färben sich, die Temperaturen sinken langsam, es beginnt der Herbst. Das ist auch die Zeit der Ernte. Viel Arbeit steht für die Landwirtschaft an, während die Bäume ihre Blätter verlieren. Die Früchte und Kulturen wie Wein oder Rüben haben jetzt den Zeitpunkt ihrer Reife erreicht. Für die Bauern heißt das, möglichst schnell müssen die verschiedensten Kulturen vom Feld und nach Hause gebracht werden. Das bedeutet viel Stress, verbunden mit der ständigen Hoffnung auf gutes Wetter. Im Folgenden zeigen wir Ihnen verschiedene Erntemaschinen und Landwirtschaftstechnik im Einsatz. Erklärt von Profis, die tagtäglich damit arbeiten.